Musik Wir gehen jetzt zurück zu unserer Basis. Sir, ich orte Jagdtrupps der Liga, bestehend aus einer großen Anzahl Marodeure, die die Schienen patrouillieren. Kann ich mal. Ich werde Ihren Standort mit einem roten Warm-Symbol markieren. Es wäre aber am besten, sie zu umgehen. Alter Scheiße. Was für keine Schweine. Wenn die jetzt genau auf die Zinkommen, dann ist da was los. Dann ist hier... Wird die Karte aus dem Bad gelassen, ja. Hm, Alter. Ich werde wieder Versorgungsdipos fahren. Benötigen wir weitere Depots. Nee, wirklich. Oh, zu. Man, wir kommen da, da sind wir so nicht wieder raus. Was liegt an? Gut, okay. Ich denke mal, jetzt wird vielleicht ein Zug hier rauskommen oder da? Damit kommt er nicht mehr. Okay. Einfach lustig. Alles klar. Oh, ja. Ein Zug kommt auf der westlichen Punkt. Und nicht. Die Liga hat irgendwie die Geschwindigkeit ihrer Züge erhöht. Ihr werdet Kobras brauchen, um sie abzufangen. Hab ich. Oh, keine Patrouille. Nice. Oh, ja. Oh, baby. Oh, ihr probiert gerade das King-Side. Hast du schnell, oder? Das ist so, ich habe nur gebraucht. Das schmeckt nach Weg. Nice. Very nice. Wir kommen jetzt zurück. Was muss getötet werden? Das ist nicht doch mal super. Benötigen wir weitere Depots. Ja, wir haben viel für euch. Gleich knallt. So, dann kannst du wenigstens Samusen bauen. Gut, wir haben super viele Depots. Wir haben dann wieder Kopersbaden unterhinde. Ohne Hände. Dann brauchen wir noch ein paar einsanitäter. Und Space Marines. So, wir brauchen noch Versorgungsdepots. Du musst das haben. Und dann vielleicht bis du brauchst du dann noch eins. Ja, fuck you. Wir machen da hin. Gut. Nur zu. Nur zu. Ja, eigentlich nur nicht. Ja, nicht nur so irgendwo eins in den Wasser. Scheiße. Schade, dass mich nicht muchen kann. Oder kann irgendwie auch. Kann das sein. Ich weiß es nicht. Nein, kann man das nicht ändern. Gut. Gut. Wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen. Spitterins? Nein, wir brauchen keinen Spitterins. Wir brauchen Marouder. Oder Marouder. Mehr sind Marouder. Klingt irgendwie wie Edo. Ich bin irgendwie lustig. So. Very nice. Oh, ja. Oh, sicher kein Fuß drin ist. Ja. So, jetzt gleich wieder ein Trieb. Ich bin gespannt, wo der Zug das nächste Mal kommt. Hoffentlich ganz da unten. Oh, ja. Here we go. Wow. Was liegt an? Nur weiter. Oh, ja. 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 Und dann hängt man hier wieder hoch. Oh, ja. So, in Meines ist es wie so ein letztes Zug. Ähm. Ich stecke in Schwierigkeiten! Oh. Ach, sie sind jetzt nicht angreifen Guck Tieren sind einfach lustig Starcraft 2 ist schon lustig Ich habe nicht gedacht, dass es so gut wird, eigentlich wollte ich es mir überhaupt nicht kaufen Aber jetzt bin ich schon überrascht Das macht eigentlich ziemlich Spaß und auch sehr abwechslungsreiche Missionen Kann man sich schon mal leisten Ich weiß nur, wir könnten ja jetzt die Leute Ah, das war 4 Und Bau halt nur Na, jetzt wäre es mir noch nicht Da bin ich glücklich Gut Der jetzt Zug wird sicher darauf von oben kommen, wo die bescheiden Mordeaux gerade Äh, Patrouille machen Das ist nicht so toll Oh, ja, aber schau mal schau Ein Zug näht sich durch den Tod im Nordwesten Sieht aus, als wäre der Liga das Zeug ausgegangen, mit dem sie die Ziege getunt haben Jetzt stellen sie größere Escorten zusammen Wir sollten also noch passen Und gehen Oho, scheiße Oha, ob wir das schaffen Ich hoffe Na dann, Baby, ich zieh dein letztes Mal in den Weg Nein, das wollte ich gar nicht, ich wollte nicht speichern Wir speichern jetzt erstmal Nicht, dass wir dann wieder von vorne laden müssen, falls wir das jetzt wieder versauen Das ist ein bisschen Ja, ich bin der Nummer 1 Ja, ich bin der Nummer 1 Ich bin der Nummer 1 Ja, ich bin der Nummer 1 Wir orten elektrische Aktivitäten in dem Wrack. Na, dann wollen wir doch mal sehen, wofür wir den ganzen Aufwand betrieben haben. Genau. Adjutant 234-6, online. Systemeinsatzberat. Mit noch neue Gettysburg-Verteidigungs-Initiative. Zu so ganz gut eingeben. Da braten wir doch einer einen Zerg. Ein alter Adjutant der Liga. Welche Daten könnten so wichtig sein, dass sie mich unbedingt wiederhaben wollen? Ja, ja, nice. Oh, haben keine Erfolge bekommen. Toll. Na gut, egal. Wir machen weiter.